hallo heute willkommen im basskanal bei session in framford und zwar heute mit peter der endlich mal hier geblieben ist und kein kaffee trinkt heute mir zuliebe und für euch ex aus dem laden frisch eingetroffen von dingwall den combustion und zwar mit esche schön holzig ikea design und mit einem rosewood griffbrett vom feinsten leute da ist er viel spaß so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das bedeutet, wenn ihr sagt, ich hätte gerne einen Vierseiter oder einen Fünfseiter von Dingwall aus der Compassion-Serie, die Farbkanäle sind sozusagen so mit geöffnet. Ihr könnt bei uns das Ding halt immer in anderen Farben bestellen. Preise und Lieferzeiten bitte einfach uns via Mail mal schicken, beziehungsweise Anfragen schicken. Wir beantworten sie gerne, weil wir haben da, wie ihr vielleicht ja wisst, in Sachen Dingwall so in Deutschland so ein bisschen den Hut auf. Das ist eine Firma, die wir sehr, sehr gerne halt denen verkaufen. Mit den Schelten können wir auch ganz gut irgendwie und das Zeug ist wirklich amtlich. Also die Qualität, ja, was ihr da kriegt, ist wirklich gut. Also das kommt zwar aus China alles, aber das ist ja mittlerweile auch ein Garant für wirklich durchgehende Qualität. Preislage, klar, da sind wir halt dem so knapp unter 1500. Das ist auch nicht mehr billig, aber das ist wirklich eine Maschine, die ihr wirklich halt dem euch einmal kauft. Und ja, wie soll ich sagen, da braucht ihr erstmal auch nichts mehr. Als Zweitpass, ganz klar, wenn man dem sagt, ich lebe in so einer Fender-orientierten Welt und ich möchte wirklich mal was ganz anderes haben vom Klang her, das ist wirklich definitiv anders. Ähm, Eschekorpus, Palisandergriffbrett, Ahrenhals, schön lackiert, vom Design her eher schlicht gehalten, ist aber eigentlich so, wie sie ist, ganz gut. Der Hals ist so ein bisschen Musicman-mäßig, also es ist nicht ganz so breit, aber auch nicht ganz so flach. Es ist wirklich wie so ein, so ein, so ein, ja, so ein Anfang 90er-Musicman-Hals. Die waren so ein bisschen dünner gewesen, ein bisschen flacher, äh, ein relativ samtes D hier. Man kann also, wie gesagt, mit den Fingern sehr, sehr schön die Führung halten. Ähm, ganz große Klasse hier natürlich, hat der Hals schön eingefasst, zwei, vier Schrauben hier, Elektronikfach und, haha, Leute, das muss man den Kollegen sagen, 2,8, 2,9 Volt Blöcke sind drin und das wird hier mit Magnet festgehalten. Das bedeutet, das ist erstmal richtig fest, das bedeutet, das verliert man nicht so einfach und Batterie wechseln, leicht gemacht, die rauspulen, zwei neue rein, auf Wiedersehen. Lobenswert, keine Schrauben, ne, finde ich ganz toll. Ähm, hier sind Schrauben dran, weil da habt ihr letztendlich eh nicht viel zu suchen. Das solltet ihr so lassen, wie es ist. Elektronikfach ist super verarbeitet, alles picobello. Man sieht halt eben, da wird halt eben alles von Hand schön fein gelötet und wirklich ordentlich reingesetzt. Ähm, tolle Sache hier, ja, die Buchse ist so versetzt, dass man mit einem Kabel quasi von oben kommen kann und halt einfach das Kabel nicht so stecken kann. Es passen halt eben auch Stecker drin rein, und zwar die Neutrischstecker als Seilenstecker gewinkelt, die passen auch rein, denn die sind halt eben, die haben einen kleinen Vorsatz und dadurch bombenfest drin. Die Elektronik ist, ähm, neu bei diesen Combustion-Bässe. Wir haben hier Master Volume, wir haben Balance, beziehungsweise einen Wahlschalter mit vier Einstellungen, ähm, in Richtung Brücke. Die erste Stellung ist halt eben nur der Halstonabnehmer. Die zweite Stellung in Richtung Brücke ist halt eben Hals und, ähm, Brücke-Tonabnehmer in parallel. Ne, das klingt dann so. Also ein bisschen dünner. Aber trotzdem ganz klar, die zweite Stellung ist die beiden in parallel. Sofort wird der Ton so ein bisschen kehlig. Die Höhen sind nicht ganz so spitz, die sind immer schön schön klar und immer so. Ich mach das. Die sind so, so, ein bisschen künstlich kurz, würde ich das mal so nennen. Die dritte Stellung sind beide in Serie. Das ist übrigens auch die, ähm, die Einstellung, die mir am besten gefällt. Ja, also wir. Ja, das klingt so wirklich so, ja, wie als wird man, hätten wir den Bass schon aufgenommen, ganz klar abgemischt, leicht komprimiert und, brrrr, kräftig halt den, ja. Ich finde so, der meiste Schmutz ist in dieser Position. Dann haben wir halt den, dann die letzte Position, das ist halt den, kommt auch gut. Also für so ein bisschen weichere Sounds kann man das halt eben gut einstellen. Also wie gesagt, die dritte Position, von mir aus zu sehen, ist meine Lieblingsposition. Die anderen, die brüche ich gar nicht. Also das bedeutet, ich würde jetzt den Bass beide parallel, beide in Serie und guten Tag, das wäre für mich ideal. Dann haben wir halt eben aktive Treibbandelektronik und es ist interessant, wo die Frequenzen dieser Bänder liegen. Ganz bewusst Bassregler bei circa 30 Hertz. Jeder weiß, so die tiefe H-Seite, oder jeder sollte wissen, dass die tiefe H-Seite 31,5 Hertz hat. Man hat aber beim Vierseiter auch diesen Wert genommen und die Bässe, die man reintritt, das sind so richtige Körperbässe. Peter, ich hoffe, du hast einen Kompressor und Limit an. Er sagt, hey Markus, mir doch scheißegal, Pro Tools macht du eh alles. Ja, das ist klar, Mann. Nein. Wirklich, das riecht so, so richtige Körperbässe. Wenn man die wegdreht, merkt man genau, dass es halt wirklich fleischig ist, was da unten passiert. So leicht anheben. Genau, wenn er gerade so oben so kippt, wenn er so, das ist genau richtig, so mag ich das hat den. Wenn gerade oben der Ton so leicht kippt da unten. Perfekt. Mittel, die mittlere Frequenzen hier, die sind so um 600 Hertz. Das ist so, ja, das macht so ein bisschen, dann hört man so ein bisschen die Seite, ich sage mir, das ist so ein bisschen der Kern der Seite. Knorrt es schon so ein bisschen so ohne es ganz trocken und damit mit denen hier auch man hört den Pläckton ganz gut. Pläckton Sound vom Feinsten, echt hier. Großartig, also mit den Frequenzen auch sehr, sehr interessant, vor allen Dingen für die Leute, die den Sound von vornherein so ein bisschen härter haben wollen. Es gibt ja viele von euch hier dann wirklich so immer Klacker-Klacker-Sound und ganz viel. Also da wird er so ein bisschen knochig auch schon, finde ich, der Sound. Finde ich auch klasse. Und der Höhenregler. Der Höhenregler ist, ja, der ist bei 6 Kilohertz. Und der ist genau richtig um diesen sehr schönen, so ein bisschen 80er-Jahre-mäßigen, Marking-mäßigen Sound so ein bisschen clean. Ansonsten kann man den halt dem... man kann halt eben auch solche Sachen vielleicht mal ein bisschen probieren. ja, die Elektronik lässt sich natürlich halt irgendwie ausschalten mit diesem Schalter. Oben aktiv, unten passiv. Dann habt ihr natürlich aber nur diese beiden zur Verfügung. Das heißt, eben einen Aufnahmebetrieb beispielsweise und dann hört man genau, wie der Bass per se klingt, ohne die ganze Elektronik. Alles in allem eine super Maschine, wenn man wirklich was Modernes haben möchte. Klar, gibt es auch eben auch in anderen Farben. Nur das Natur, diese Eche mit dem Schwarz, das sah irgendwie cool aus. Ich dachte mir, das zeige ich euch einfach mal irgendwie. Ey Leute, kommt vorbei. Davon haben wir echt jede Menge da. Vier- und Fünfseiter, Nelly Gettgut. Auch in Pink, glaube ich mittlerweile. Naja, warum nicht, ja? Make Session Great Again. Oder wie meine ich das jetzt? Also in Pink haben wir auch welche da. Die Grünen, die sehen cool aus. Also die Grünen sehen und die Gelben sind echt abgefahren aus. Das ist echt coole Farben. Ansonsten, ganz klar, Frankfurt und Waldorf, Session, The Bass Kanal. Empfiehlt euch, unbedingt Dingwall, und zwar die Combustion-Serie oder die andere Serie, die NG-Serie, sei in Schwarz, Natur oder etwas härteren Farben bei uns alles zu haben. Ruft uns an, kommt vorbei und guckt euch mal die Teile an. Das war wieder Peter und Marco mit den schönen Dingwall Combustion-Leute für euch. Leute, macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.